hallo ihr lieben ihr seht schon ich werde heute wieder akrylikporig machen und habe jetzt einfach nichts raus geschnitten also es ist alles so wie es gemacht habe ich habe nur ein bisschen den togo eingeläutet damit das eben nicht so lang wäre insgesamt waren es circa 30 minuten mit hin und her laufen und einem drum und dran und also wo er mich dann immer mal rauslaufen sieht und aber ich dachte mir ich mache es diesmal mal so dass ich wirklich nichts ausschneiden und dementsprechend also seht ihr auch so ein bisschen meine vorbereitung immer wo ich halt immer so die bastel materialien zusammenstelle ich hatte vorher eben die ganzen farben mir überlegt dann eben jetzt noch die becher geholt und ich vertone jetzt auch nach weil ich neuerdings beim basteln immer hörbücher höre und aktuell sind es noch hörbücher die ich auch schon mal gehört habe ich weiß nicht wem es schon mal so geht dass man gerne sachen die man schon kennt vielleicht noch mal hört ich habe auch selbst das buch selbst schon mal gelesen und dementsprechend mache ich das jetzt aktuell nämlich beim basteln und das entspannt so ungemein und nicht wundern falls ihr jetzt während ich nahe vertone die knaller hört es ist heute silvester und auch wenn eigentlich keine böller verkauft wurden wird hier bei mir in der gegend zumindest dann doch recht dolle geknallt und es regnet ja auch noch also trotzdem trauen sich die leute nach draußen und dementsprechend also nicht wundern ich bin also in silvester stimmung mehr oder weniger und mache es aber für mich in ruhe und habe eben überlegt dann schon mal das video für sonntag zu machen also für den zweiten ersten das wird dann das erste video in 20 22 sein also ich hoffe ihr rutscht gut rein oder seid gut reingrutscht wenn ihr das ja jetzt dann seht und hat es auch schöne weihnachtsfeiertage und dementsprechend kann also ein neues jahr wieder losgehen ich habe beim acrylic pouring wieder so wie es sonst auch mache die farben waren minimal aus einem anderen set und das weiß war immer noch das weiß was ich halt nicht ganz so schön finde aber ich will es halt auch nicht warum soll man es nicht nutzen wenn es nun mal da ist und habe dann auch für die zellenbildung die bei mir mal mehr mal weniger gut funktioniert das silikonöl mit reingemacht das ist auch noch immer das gleiche was ich damals in dem ursprungs set hatte und das ursprungs set ist bisher immer noch mein favorit da sind die schönsten ergebnisse mit entstanden und aber ich habe jetzt in der zeit wo es halt immer wieder mache und das sind ja etliche bilder mittlerweile schon entstanden sind wirklich schöne ergebnisse rausgekommen auch dieses jetzt finde ich sehr sehr schön ihr werdet das ergebnis logischerweise auch zum schluss wieder sehen und dadurch lasst euch also überraschen es sind diesmal gelb lila und so ein braun bordeaux rot als ton und eben das weiß was ich immer mit rein mische und dadurch fand ich das eine sehr schöne kombi auch wenn ich erst dachte ob das jetzt so die richtige wahl war weiß ich nicht aber letztendlich das ergebnis finde ich sehr schön sehr freundlich trotz der zwei dunkleren farben fand ich das jetzt dann doch sehr schön und aber ich bin gespannt vielleicht könnt ihr mir dann mal in den kommentaren mitteilen wie ihr das ergebnis dann findet vielleicht habt ihr auch mal farbkommi vorschläge die ich mal ausprobieren soll und schreibt sie mir dann auch gerne mal rein und dann probiere ich das selbstverständlich gerne mal aus ja diesmal ist es auch eine kleine eine kleine ist jetzt widerspruch eine größere leinwand ich habe ja bisher immer mit relativ kleinen leinwänden gearbeitet und diesmal ist es eine etwas größere leinwand und auch hier habe ich wieder mit dieser stapel farbe oh gott wie gris mich ausgedrückt und nein ich habe zu silvester noch nichts getrunken also so diese dass ich die farben halt stapel habe ich diesmal gemacht und dadurch ist das eine ursprungstechnik die es jetzt eigentlich schon immer mache mit denen ich auch die schönsten ergebnisse mit erzielt habe und irgendwie bleibe ich diesem muster halt treu und freue mich natürlich dann auch wie schön die ergebnisse dann auch immer werden und habe jetzt so ein bisschen unterschiedlich geschichtet falls ihr das gesehen habt ich habe so ein bisschen unten erst die komplette schicht jeweils gemacht und dann wieder wie es auch bei anderen gemacht habe dann eben am rand reingeschüttet damit sich dort halt nicht so rein klatscht sondern irgendwie sich doch stapelt also ich hoffe es war so ein bisschen zu erkennen ich versuche jetzt so ein bisschen ich habe eine halterung für die kamera ob ich jetzt eventuell dadurch ein bisschen besser dass er das erkennbar machen kann was ich tue ich versuche zwar immer den blickwinkel so zu machen dass meine hände nicht so extrem im weg sind funktioniert aber leider nicht immer also dementsprechend seid mir immer noch ein bisschen lieb zu mir ich bemühe mich immer sehr dass wirklich auch die hände nicht im weg sind dass ich euch das so gut wie möglich zeigen kann was ich mache wie ich mache versuche es im zweifel wenn meine hände doch mal im weg sind die dinge auch noch zu erklären per ton deswegen dadurch da ich oft beim basteln zum beispiel auch das reden vergesse habe ich halt auch ganz oft wirklich nach vertont damit ich euch da nicht irgendwie was vorenthalte das ist natürlich dann schade drum und wie gesagt jetzt höre ich halt immer hörbücher und ich will euch nicht meine hörbücher antun und dementsprechend ja ja diesmal habe ich es so ein bisschen anders gemacht das sieht man jetzt leider nicht ganz so ich hätte von der anderen seite machen sollen ich habe es in kreisenden bewegungen diesmal aufgetragen und ihr seht schon die farbkommi wie schön die wirklich auch rüberkommt hat ein wunderschönes gelbton mit den leichten tendenzen eben von diesem lila und dem braun und ich habe es nicht ganz so schön teilweise hinbekommen wie es gerne hätte aber wie gesagt das ergebnis lässt sich trotzdem total sehen also wie gesagt ich mag sehr es steht auch bei mir und dementsprechend denke ich ist es dann okay und ich habe jetzt auch überall noch mal geschaut dass ich halt die farben auch an die ränder noch mit raus bekomme wie gesagt ich finde es immer schade wenn farbe irgendwie einfach nicht weggeschmissen wird und dadurch ich versuche es da immer sehr gut auszunutzen wenn ich was angerührt habe dass es dann auch wirklich auch verbraucht wird alles andere wäre schade das mache ich beim epoxid hat es auch im moment mache ich halt ganz oft dass ich dann so einen buchstaben mache die für schlüsselanhänger und auch da habe ich jetzt schon ein zwei videos auch schon gemacht wobei ich mit den ergebnissen von dem hauptstück nicht ganz so zufrieden bin die schlüsselanhänger mit den resten sind spitze aber eben halt leider nicht mit dem haupt ergebnis aber mal schauen ich habe heute nämlich auch noch mal epoxid hat gemacht und das hoffe ich wird was schönes und dann kann ich euch das auch in kürze zeigen ja ansonsten ihr seht schon da kommen schon ich weiß nicht ich vielleicht kennt jemand das ich habe eine ähnliche bettwäsche zum beispiel auch zu hause also wobei ähnlich von den farben her das hat so ein indian style meine bettwäsche und die hat mich da jetzt so ein bisschen an dieses ergebnis dran erinnert und es hatten das bild selber hat jetzt wirklich so ein landkarten stil und ja ja während ich jetzt hier noch hin und her wo still falls euch das video gefällt oder falls ideen habt falls ihr wünsche habt wie gesagt auch gerne farbwünsche wenn ich das mal ausprobieren soll gerne in die kommentare schreiben ansonsten auch gerne ein däumchen nach oben da lassen oder aber wo ich freue mich gerade unheimlich sehr ich danke jedem einzelnen abonnenten der jetzt gerade bei mir auf meinem kanal hängen geblieben ist habe ich nie mitgerechnet muss ich mal sagen weil ich es ja wirklich nur für mich angefangen habe und ich freue mich so mega dass das halt auch wirklich gut ankommt und nein ich habe keine tausende abonnenten ich habe weniger und aber diese sind für mich so so viel wert und ich danke euch da von ganzem herzen ihr seht schon mein ergebnis ich finde es echt schön geworden es hat sowas ganz unaufgeregt ist auch also was ganz entspannt ist was schönes es ist halt auch sehr gut geworden ich hatte dann noch so ein bisschen geschaut dass die zellenbildung noch ein bisschen rauskommt was ihr halt wirklich auch gut machen könnt ist halt dann eben mit dem feuerzeug noch mal rüber gehen damit weil durch wärme mit dem silikon öl sich diese zellen dann halt auch besser bilden ich habe leider mein anderes feuerzeug nicht gefunden und habe dann so ein stab feuerzeug genommen ist jetzt nicht die optimale variante also bitte auch wer minderjährig ist und nicht mit feuer spielen nach bitte bitte nicht machen oder mit den eltern zusammen machen das ist ganz wichtig und ich habe es wie gesagt mit dem stab feuerzeug ist jetzt nicht die schönste variante aber dadurch sind zumindest so ein zwei drei zellen noch gekommen und aber eben teilt nicht ganz so viele wie es gerne mir gewünscht hätte aber wie gesagt das ergebnis hat trotzdem was so ein landkarten stil unaufgeregtes also ich lieb es und dementsprechend ich hoffe ihr euch gefällt es auch und ihr findet das video ganz toll und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen sonntag und ich hoffe bis bald